Kann ja nicht sein, dass das ganze Schiff hier leer ist. Zombie-Apokalypse ist schön und gut, ja, aber... Komm, die Brücke ist jetzt meine letzte Hoffnung. Ja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Hier ist gar nix. Ein Rettungsboot, toll. Mr. Turtle turn am Kabel vom Filter rum. Lass ihn doch, wenn's ihm Spaß macht. Ja, aber ich hör das dann brummen, also vibrieren. Oh, da lag doch was Blaues. Oh, ich hab die Mannschaftskabine gefunden. Na bitte. Mit einem blauen Knicklicht? Nein, eine, äh, blaue Trainingsanzugsjacke. Okay. Ähm... Ich guck mal jetzt hier noch die paar vier Häuser durch. Und hoffe, dass ich was finde. Wenn nicht, geh ich zurück. Oh, das war echt weit bis dahin, aber da waren dann halt... ...noch viele Sachen, also viele Häuser, an die ich einfach vorbeigelaufen bin. Oh, ich hab einen großen Dings gefunden. Dings. Was ist das denn? Ach, ein Moped-Helm. Na, nimm mal den. Ja, man kann anscheinend doch Rucksäcke in Rucksäcke packen. Aber es geht nur mit manchen. Geht nicht mit allen. Mit Verpackten wahrscheinlich. Also, ich konnte den größeren, diesen regensicheren Rucksack... ...den konnte ich in den kleineren grünen reinstecken, aber nicht umgekehrt. Okay... Okay... Oh... Leg... Ich hab mich verlaufen, ich komm nicht mehr raus. Spring einfach runter. Ja, das haben wir schon mal probiert. Das funktioniert nicht, das weißt du. Hahaha... Hallo, Spring-Gin. Dankeschön. War ich hier in dem Haus schon? Ich weiß. Was ist das denn? Ich komm hier nicht mehr aus dem Schiff. Ah, Black T-Shirt, Theater Racks. Okay, ich komm doch raus. Wunderbar. Was sind wir hier noch? Weapon Flashlight. Den machen wir auch mal mit. Noch ein T-Shirt. Laut Racks kann man nicht genug haben, ne? Ja. Okay, dann geh ich mal südlich zur nächsten Stadt. Südlich? Ja. Ich bin ja quasi ganz im Norden. Nordosten. Ja. Ich bin doch richtig heftig im Norden. Hast du die Map grad auf? Ja, hab ich. Ähm... Du siehst ja Svetloyask? Äh... Moment, ich muss die Karte näher ranholen. Du bist ja bei Riffy, ne? Meine ich mal. Riffy? Riffy. Ja, da bin ich ja. Und dann ist ja oben Svetloyask? Das wird mir hier gar nicht angezeigt. Hä? Also ich seh's hier auf der Karte nicht. Von da aus sind wir immer zum Erststrip gegangen. Ja. Ich krieg hier nur Kelm angezeigt. Kelm? Krasnostav. Olscha. Olscha, genau. Olscha? Ja. Und dann ist da Sharnaya Polana. Links oben. Das krieg ich hier auf der Karte nicht angezeigt. Es kann aber sein, dass meine App für den Arsch ist. Ach so. Dann geh ich jetzt ostwärts. Einfach mal. Also geh einfach... ...in Norden. Oh, ich kann Wasser trinken. In den Norden. Noch weiter in den Norden. Ja, richtig feste Innen Norden. So richtig tief. Okay, jetzt bin ich komplett nass, aber ich hab was getrunken. Oh, eine Hundehütte. Okay, dann geh ich fest in den Norden. Hart. Hart. Ich hab keine Federn gefunden. So. Ich trinke jetzt noch zwei, dreimal und dann geht's ab. Ich weiß zwar nicht, ob das so gesund ist, hier von dem... ...Dings zu trinken. Von dem Pond. Pond ist, meine ich, immer gut gewesen. Ja, hier beim Schiff ist ja so ein bisschen Wasser. Ach so. Hier dick nicht. So, bin ich jetzt... ...hydrated? Nee, noch nicht. Beim Starving. Kann auch sein, dass ich wegsterbe. Zwischendurch bin ich gestorben. Ja, schade. So, komm. Das muss jetzt... Was trinken reichen, muss das reichen? Äh, was trinken angeht, muss das reichen. So, dann gehen wir mal hart nordwärts. Durch den Wald hindurch. Vollkommen nass. Toll. Das einzige, was nass ist, sind die Schuhe. Ja, aber gut, ich hätte lieber ein nasses T-Shirt als nasse Schuhe. Wenn ich dauernd am Laufen bin und trotzdem schwitze und stinke wie ein Schwein, dann sind mir doch nasse Füße egal. Ja, aber ich finde nasse Füße... Also, wenn ich die Auswahl hätte zwischen nasse Füße und nasses T-Shirt, würde ich ein nasses T-Shirt nehmen. Ja, dann schon. Wie es immer am Ableggen ist, ey. I am slowly warming up. Da kommt dann was, wenn ich hart nach Norden gehe. Äh, das wird Neujahrs kommt dann. Voll mal schön ein abgerübst. Ja, es wird Neujahrs kommen dann. Und da gibt's ne Polizeistation. Und ganz viele Brunnen. Die nicht funktionieren. Ah, hier ist ne Dings, ein Gleis. Ich hab das Gefühl, dass es hier bald Pferde gibt oder so. Hier sind Gleise. Ja, das ist richtig. Die Gleise führen jetzt ein bisschen nach Norden. Ja, lauf den Gleisen einfach entlang, dann kommst du nach Svetlore Jask. Bist du sicher, dass das nicht krass noch tough ist? Du hast doch gesagt, du bist bei Riffy. Ja, denke ich mal. Wenn da das Schiff ist? Ja. Dann bin ich da. Ich weiß aber jetzt auch nicht, ob ich 100% nach Norden gelaufen bin. Ja, aber wenn du an den Dingern bist, an den Gleisen und du rechts von dir Meer hast und links von dir Wald, dann bist du auf dem richtigen Weg. Okay, dann glaube ich, dann ist die Karte, die ich hier habe, einfach für den Arsch. Ja, weil es ist so ein Apple-Produkt. Ach, jetzt habe ich den Namen genannt, scheiße. Ein Apfel-Produkt? Ein Apfel-Produkt. Ja, war Englisch, klar. Nein! Wir sind wohl ein Zombie. Ich komme und rette dich. Hoffe ich. Ich kann die Tür nicht zumachen. Ah, das ist jetzt wieder dieses Umspannwerk, oder wie das Ding auch immer heißt. Ja doch, Umspannwerk ist richtig. Doch nicht ganz verblödet. Achso, ich war mit meinem Satz noch gar nicht fertig. Das ist ein Apfel-Produkt. Ja. Und da gibt es ja dementsprechend auch Applikationen dafür, im Applikationenladen. Und ja, da habe ich das erstbeste genommen, was kam. Okay. Das ist anscheinend nicht so gut. Weil da sind doch nicht mal die Dings-Verzeichner drin, die... Ähm... Ja, Bahngleise. Meine... Meine Applikation heißt... Ähm... Daisy Central S. Central SA. Was das auch immer heißen mag. Das passt aber nicht. Ich könnte ja auch mal hier alles anschalten, was so Sachen angeht, ne? Restaurants und... Schlösser. Ja, das hat bei mir... Also... Ich hatte irgendwas hat dich gekauft. Für... 50 Cent oder so. Ich glaube, dass... Ähm... Brunnen angezeigt werden und Shops und sowas. Mhm. Ja, wird hier auch angezeigt. Und... Mir wird halt noch angezeigt, wo welche Sachen spawnen. Also lootmäßig. Mein Freund verhungert. Äh... I really need to drink, hab ich. Beides in orange. Also dunkel orange. Aber ich bin jetzt hier schon in der nächsten Stadt. Also in dem nächsten Dorf oder was das hier auch immer ist. Ist irgendeine... Das Schlimme ist, vorhin habe ich ja immer wieder was gefunden zum Essen, ne? Dann hast du es nicht mitgenommen. Dass ich nicht mitnehmen konnte, weil der Rucksack voll war. Und dann bin ich gestorben. Weil du meine böden Sachen mitnehmen musstest. Ja, aber das hätte mir ja auch nichts geholfen. Da war ich ja energized bis oben hin. Aber du hast dich wie... Hulle. Hulle. Was heißt das bei uns? Das ist ein Wort, das ich schon lange nicht mehr gehört habe. Oh, hier ist ein... Hier ist eine Stadt. Mit Häuschen. Wahrscheinlich soll jetzt schon nie. Äh... Es wird neujask. Und hier ist gar nichts mit den Häusern. Häuschen, Häuschen. Auf jeden Fall musst du immer der... ähm... Hauptstraße folgen. Was ist das? Bitte öffnen. Und bitte eaten. Hallo. Eat all. Oh, ich hab grad nen Monsterleck drin gehabt. Ja? Ich seh hier nen Zombie. Ich seh auch nen Zombie. Ich hab immer noch keine Waffe. Ich hab nur meine... Okay. Ähm... Mein Schlagring oder wie das Ding auch immer. Das reicht doch. Ja, aber ich will ne Axt haben. Ne Feuerwehr-Axt. Na gut, aber es ist immerhin nur besser als gar nix. Das ist richtig. Immer positiv, denkst du. Oh, was ist das denn hier? Oh, das ist so ein Papp und hier vorne sind so kleine Tischchen mit Sonnenschirm aufgestellt. Boah, das Brecheisen ist ja mal... dein letzter Rotz. Übrigens scheiße. Er ist zusammengebrochen und ich blute das Höhen. Aber ich hab noch mein T-Shirt. Oh, Mann. Ich hab das gesehen. Da ist ein großes Haus und in dieses Haus lege ich meine Hoffnung. Nein, 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 nein. Tür zu. Oh, hier ist die Tür zu. Hier stehen jede Menge Zombies. Waaah! 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 Ey, die können sich gegen sein, die Schlagen. Echt? Ja. So, Zombies raus. Tür zu. Hier ist aber auch nix. Oh, scheiße, ey. Waren wir so auch zwei Zombies, glaub ich. Eins, zwei, drei, vier. Mach die Tür zu, Digger. Okay. Das macht kein... Nein! Nein, 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 nein! Der ist reingekommen, der Arsch. Hallo, ich möchte angreifen. Ich möchte. Hallo! Aber eher die Befürchtung, dass die noch wieder rauskommt. Ach, ich kann das vergessen. Oh, scheiße, da sind sie wieder. Rein da, rein, rein, rein! Nein! Er ist drin! Flucht! Noch einer drin! Ja! 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 Oh, ich hab den getötet. Ist ja der Burner. Draht! Oh! Ja! Aber gut, da macht die Tür zu! Nääääääääääää! Ich kann hier keine Häuser durchsuchen, weil die... Bastarde... Au! Wecks Chloen-Wichser... Ach, ich blute schon wieder. Ja toll. Oh, ich laufe hier ganz schnell weg Die Tür ist zu, wie ist der hier reingekommen? Hat der doch nicht die Tür wieder zu gemacht oder was? Da ist ein Brunnen Der nicht funktioniert wahrscheinlich Ja Läuft er hinter mir her? Ja Ich habe eine ganze Armee hier hinter mir Super Oh, ich möchte gerne in den Shop hier reingehen Ich mache es einfach, wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt Ja, ist halt so Kann ja auch nichts dran ändern Wenn dann so, bin ich sowieso am Vertrinken Ich habe schon wieder Vertrinken gesagt Oh, wo kommen die denn immer alle rein, ey? Ja, ich Oh, my leg is in pain Ich möchte doch nur eine Waffe haben Ach so, bin ich ... ... Ach so Ach so... ...